Ja, ich fange jetzt nicht an zu essen, sondern nur wieder an und hiermit willkommen zu Battlefield 4. Heute zur, ich weiß nicht, sieben Folge, die wir heute aufnehmen. Die sechste ist das jetzt. Die sechste, okay. Sechste oder siebte, sechste glaube ich. Oder doch siebte. Also, das übliche, den üblichen Scheiß von uns und viel Erfolg dabei. Ich laufe gerade, ah, jetzt habe ich auch noch eine Waffe. Du läufst gleich gerade, du gleitest gerade ab. Gleite gerade. Ist dir aufgefallen, dass der extrem die Waffe noch nachladen muss und so ein Gedöns, wenn du gerade spawnst? Hä? Ich habe gerade die Luft gemessert und dafür ein Kille gekriegt. Weil der ist immer im Augenblick über die Brüste, ja der ist über die Brüste und drüber. Ich habe gemessert und dann habe ich quasi der Luft das Doctack entrissen und 100 Punkte gefangen. Das ist geil. Ich fange da an, wo ich gestern aufgehört habe, ey. Äh, Alter, ich bin irgendwie tot. Ah nein, geil, ich lebe wieder, ich lebe wieder. Ich war gerade in der Third Person, obwohl ich tot war. Da bin ich da als Third Person rumgelaufen. Alter, ich sage dir, das Messern macht so viel Spaß hier in dem Game. Ja, danke, ich möchte es auch mal machen. Ja, da musst du dich von hinten an einer heranschleichen oder wie ein bescheuerter... Ah, ich... Da ist gerade einer voll auf ein brennendes Auto draufgeknallt. Alter, das ist zu geil, das Spiel. Also wenn ihr die Demo noch nicht gespielt habt, holt ihr euch auf jeden Fall. Scheißegal, ob für Xbox, für PS3, PC... Ich habe gerade einen Typen gemessert, der einen Typen aus unserem Team messern wollte. Hast du gerade einen Messer-Orgasmus? Da sind schon wieder zwei Messer-Kills in der Runde. Oh, die ist noch nicht mal zwei Minuten alt. Soll ich dir was sagen, du hast folgt... Oh, schade. Das hätte fast der dritte gerade gefolgt. Oh nein, das ist echt gar nicht... Ich glaube, ich spiele mal eine andere Klasse, ey. Das ist... Das ist einfach nur... Ich... Ich laufe nur noch mit einem Messer durch die Gegend, hier, habe ich das Gefühl. Ich mache nichts anderes mehr. Messer raus und... Alter! Was denn? Ich bin tot. Schon wieder? Ich spiele jetzt Versorger. Jetzt gib ihm. Wie viel habe ich überhaupt? Sieben, drei habe ich! Sagst du mir mal bitte, wie viel ich habe, bin ich hundertprozentig sicher bin, dass ich es nicht wissen will. Warte mal. So, jetzt kann ich dir erzählen. Äh, wo bist denn du? 0,3 hast du 150 Punkte. Jetzt kommt mal langsam an den Zeitpunkt, wo du dich anstrengen könntest. Ja, deswegen spiele ich jetzt gerade auch einen Versorger, weil der ein geiles Sturmgewehr hat mit 446 Schuss. Also hier ist die MP vom, äh, was sollst du was ich, PDW vom Pionier richtig geil. Alles klar. Weil, tatatatatatak, ist der umgefallen. Aber du hast halt eine schnelle Schussfolge, relativ viel Schaden. Ich weiß, ich habe gerade einen gekillt. Komm, lass mal eben hier einnehmen. Welches ist der Einzige, der hier einnimmt? Keine Ahnung, ich verfolge gerade einen anderen Typen. Und noch einen Kill auf der Haben-Seite. Nein, auf der Soll-Seite. Da ist noch die ganze Torhüge geklöst. Alter, das war die Soll-Seite, das war nicht die Haben-Seite. Ach, ich bin ja überhaupt kein Medic mehr. Schau mal einer an. Wenn du auf der Haben-Seite einen hättest, wärst du gestorben. Ne, ich habe ja einen Kill. Nein, das ist dann die Soll-Seite. Ne, Soll ist das, was du haben sollst. Nein, Soll ist im Kaufmännischen, der Besitz... Ach, im Kaufmännischen, wir reden doch hier vom Gamer. Es gibt auch kaufmännische Gamer. So. Also ich habe das Gefühl, dass ich bei BF4 durchaus besser zu ran bekomme als bei BF3. Das Game liegt mir irgendwie gerade zumindest mehr. Ist dir aufgefallen, dass der erst dieses Sprinten anfangen muss? Na, ein Messer killen! Oh, schade. Die Animation ging nicht zu Ende. In dem Augenblick bin ich abgekillt worden. Abgekillt? Abgekillt! Ich bin abgekillt. Aber ich wechsle gleich wieder auf den Medic. Ich möchte den Defi frei haben. Ah, gut, da habe ich jetzt die Chance zu. Weiß, ich bin gemessert worden. Ah, wie geil, ich habe überlebt! Oh, wie... Oh, wie... Boah! Hast du das ausprobiert mit der Dreiswerge, weil du... Oh, scheiße. Ja, ich habe dem gerade mit der Faust in die Fresse dann das Messer genommen und nochmal nachgeschlagen. Oh, das ist mies. Boah, geh mal aus der Sicht! Das war geil. Ich weiß nicht, wie du gekillt hast, aber das war richtig geil. So, hast du einfach nur Punkte machen hier. Mit der Faust voll auf den Kiefer und dann so... Bäh, gib ihm! Ja, so muss das. Äh, also... Ich geh bis zur Tür, dann hab ich schon gefragt, ob du das Rolltour hochfahren kannst. Boah, die Musik passt gerade so geil. Ohne Scheiß, schade, dass wir die nicht mit einbauen können. Hm. Wie, wieso bin ich denn jetzt schon wieder leer? Lad doch nach! Boah, was hier abgeht tut. Ach, Mann, jetzt bin ich gerade irgendwie gerade mal ein bisschen zu spät hier. Scheiße, Alter, du hast mich gerade mein Vieh geklaut. Warte dir schon mal vor. Ja, leider zu oft. Und noch ein Messerkling. Alter, du hast mich gerade wieder mein Vieh geklaut. Ja, Boss. Boah. Vor allem, der Second-Dem-Layer, scheiß drauf. Herr 3 bis zum geht nicht mehr. Ja, danke. Ich glaube, da war schon der dritte oder vierte diese Runde, also... Halleluja. Ich bin der Messerkönig vor dem Herrn gerade. Ja, ich packe gleich auch mein Messer aus. Nee, besser nicht. Da möchte keiner sehen. Die versiffte Butterschneide. Ach, ich bin ja wieder Medi, dann kann ich mich ja mal eben heilen hier. Ich sag dir, das ist so mega geil, das Game. Nein! Alter, 5 zu 10, ey, das geht gar nicht klar. Ich hab 15,9. Aber ich geh ja sowieso immer ne Runde ruhiger an als du. So, erstmal wieder die Teile runterfahren, ich brauch ja meine Ruhe. Ja, ich geh mal mitten rein. Äh, danke. Und noch ein Messerkill. Ich komm schon mit dem Zählen gar nicht mehr hinterher, ey. Echt, das ist einfach nur... Ich komm nicht mehr hinterher mit dem Zählen. Ich weiß nicht, wie viel der Messerkill da war. Und schon wieder gewonnen! Yes! Ey, das war echt ne Mini-Runde. Hängen wir die nächste gleich mit an. Ja, die nächste hängen wir dran, die war grad mal sieben Minuten lang. Alter, ohne Scheiß. Ich glaub, ich hab in der Runde fünf oder sechs Messerkills gemacht. Da hattest du dich auf jeden Fall an. Alter, ich sag dir, ich hab's ja auch auf Aufnahmen. Defi unlockt! Jawoll! Hey! Ich bin gleich Level 2, halt! Ich bin gleich Level 2, halt! Ich bin grad Level 1,5. Alter, ich bin bei uns aus dem Team Bester, guck dir das mal an. Ist mir aufgefallen. 16,9 damit, der kann, äh, KD kann ich auf jeden Fall leben. Alter. Alter, du bist gar nicht mehr in der Liste drin. Doch, du bist... Natürlich ganz oben. Boah. Ich, ich hab grad nur halb auf den Bildschirm geguckt, weil ich gerade... Aber wir haben auch schon welche Level 6, also deine Vermutung von wegen maximal Level 5 ist auch nicht mehr... Boah, dann... ...up-to-date. Dann sollten wir jetzt langsam mal reinkloppen. Alter, was meinst du, was ich am Machen bin? R3, 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 R3! Die ganze Zeit, wie so ein bescheuertes kleines Kind. Boah, zum Glück musste ich jetzt gerade nicht niesen, äh, boah. Ich ziehe mir jetzt grad das Nightmare-Album noch zusätzlich rein. Sooo, es sold, es sold. Ja, jetzt hab ich auch den... IFA! Wo hab ich denn den Defi wie? Die Defi! Musst du ausrüsten in der Klasse. Ja, du musst dir vorher noch ausrüsten. Ich glaub, das kann abwerfen, was? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich hab' ich hab' den jetzt gemacht. Ich lauf' um die Ecke, fall' um, Enemy Killed, hä? Customized. Oh, guck mal hier, Gadgets. Defibrillator. Dankeschön. Oh, das heißt, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Alter, was ist, denkst du, warum ich mir Premium holen will? Mann, der Tipp ist schon wieder um! Ich hab' mich grad gewundert, warum bei mir bei der Elgato 932 steht, aber da ist mir aufgefallen, wir haben ja die Runde jetzt noch hinten dran gegangen hier. Der Typ dürfte sich jetzt ärgern, ich hab' dem sein Garett gerade gekillt. Wieso, er hat's gerade aufgenommen und ich hab'n erschossen. Oh, so, jetzt konzentriere ich mich wieder, jetzt hau' ich auch wieder rein hier. Da, hier ist die Defi. Nee, aber kein Witz, wenn du noch mal Sniperst, ne, atme durch die Nase. Hey, ich hab'n Eiland. Mhm. Boah, sag doch, dass da was kommt. Ich hab's ja selber nicht mitbekommen. Wo bin ich denn gelandet? Ja, Rani, boah! Scheiße, steht meine Knarre auf einmal auf... EI! Deine Knarre steht auf EI. Nee, die steht auf... EI, 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 EI. Wuuuuh! Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt ne kleine Wanze. Bist du abgehört? Ja. FBI sucht mich, zusammen mit der NSA. Für extremes Messernutzung. Hier ist ein Medikids. Keep your knife safe! Aber der Twizzle, der jetzt gerade gespielt wird, passt auch. Ja? Nein, nein. Achso. Jawoll! Boah, Junge, ich komm nicht mehr hinterher hier. Ich hab die M9 freigeschaltet. Nein! Wo ist der denn? Scheiße, ich hab den Defi nicht gefunden. Ich hab sämtliche Tasten durchgedrückt. Bleib liegen! Hallo? Du musst den Defi erst ausrüsten. Ja, ja, ich weiß. Hab ich ja. Aber der muss den jetzt erst, ähm, aneinanderdrücken, da er da die Spannung aufbaut. Oh, da ohne Witz, ey. Geht so ab. Nein, lass doch die scheiß Rollladen und bist du bekloppt. Wie geil ist das denn? Ich spring mit dem Fallschirm runter, lande vor einem Typen und schieße dem erstmal die Birne weg. Ja, so muss das. Jetzt mal da provisorisch ne Granate rein. Ja, komm. So, bitteschön. Dankeschön. Ja, kein Ding, dafür bin ich doch da. Ich hab die Runde noch kein Messerkill gemacht. Ah, Druck, Druck, Druck. Viel zu heftig, ey. Also, ich geh jetzt, äh, langsam wieder aufs Sturmgewehr. Jetzt irgendwie doch Bock zu. Boah, ich hab alles getroffen und ich stehe kell vor mir. Will ich keine zwei Meter vor meinen Füßen, kann mir quasi den Schwanz lecken. Alter, zu much. Und ich treff den nicht. It happens, ne? Ich bin ein schlechter Mensch. Ja, deswegen mag ich dich so sehr. Oh, wie süß. Er mag mich. Ich hab doch noch Freunde. Boah, ich bin aber auch grad jetzt ein bisschen scheiße, ne? 3-8. Nein, du bist nur schon dein ganzes Leben. Ich hab ein Doppelkill gemacht, wie geil ist das denn? Boah, Jungs, was steht ja eigentlich immer hier oben doof rum? Macht mal was aus eurem Leben. Tschüss. Alter, du bist kaum unten und wirst direkt wieder weggebummst. Boah, du hast sogar mehr Punkte als ich, ey. Jetzt wird's aber langsam Zeit für mich hier. Ja. Und ohne Scheiß, ich probier jetzt mal die M9 aus. Jawoll. Die Starbark 90 weggebummst. Wegstgebummst. Boah, fall um. Also ohne Scheiß, die Barretta sieht ein Mist aus. Die Barretta sieht was aus? Mist. Ich muss wieder in den Engineer nehmen, ich hab keine andere Möglichkeit. Aber die knallt. Ja. Weg mal weg mit dem... Das tut ein 320er auch, scheiße. Die umgeber. Ach, fuck, ey. Oh, lass mich doch durch, hier. Nein. Ja. Ich finde es geil, wie die ganzen Rollläden hier kaputt geschossen sind. Ey, da kannst du nicht durchschießen. Nein, aber frech. Nein, jetzt ist der von meinen Augen weggestorben. Geil. 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 Lass mich, lass hin. Ich bin der MX-4 den Typen angeschossen, auf Pistole gewechselt und Headshot verpasst. Auch geil. Ich hab gerade nur noch Pistole. Ey, Junge, gib mir mal Ammo hier. Ach, dann halt nicht. Welcome to the family. Welcome to the child now. Alter, ohne Witz, du kannst dir nicht vorstellen, wie geil es ist, richtig geile Metal-Songs zu hören und dabei Battlefield zu zocken. Ich kann es mir so halb vorstellen, weil ich dich relativ gut kenne oder ich machst du mir an, zu sagen, dass ich dich gut kenne. Ja, ich rate mich totales Arsch, doch ich weiß. Oh, so schlimm ist es gar nicht. Ach, Mann. Kommando Monster. Hat mich... Knallt. Mann, ich spawne immer beim Falschen. Hihihihi. 40mm Granat, der war. Ohne Witz, der frisst doch meine RPG. Der frisst meine 40mm Granaten, das muss reichen. Es war ein bisschen unfair jetzt, mit RPG hier drauf zu hauen, aber... Gibt was wie unfair? Nein. Ich sag mal, wenn es ein Spiel ist, dann kann man es auch machen, oder? Ja. Man nannte mich auch den King of Currywurst. Alter, ich weiß nicht, worein du dein Würstchen tunkst, aber... In Theorie ist das glaube ich nicht. In Theorie ist das glaube ich nicht. Fuck. Fuck. Da habe ich den Scharfschützen noch kommen sehen. Was ist noch kommen sehen? Dann messer ich dich jetzt halt. So, ich muss aber dafür meine Quote tun hier. Oh, ich habe selten so viel Spaß an dem Battlefield gehabt, ne? Ach, fuck. Ich muss ja sagen, leider geil, ne? Und du hattest... Du hast noch gefragt, warum ich gestern fast einen Schlag anfallen gekriegt hätte. Du hast es ja nur gesehen. Um die Hecke. Jetzt nicht mehr. Oh, Mann. Ich kann dich leider nicht... Ich habe eigentlich wieder Messer ankommen. Ich habe dich gerecht, aber ich kann dich leider nicht wiederbeleben. Ja, kein Ding, kein Ding. Boah, ich glaube, mein neues Ziel, jede Runde müssen es ein Messer füllen. Man soll sich Ziele im Leben setzen. Meinst du, das ist ein bisschen zu ambitioniert? Och, nö. Boah, das war einfach nur zu geil. Pam, 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 habe ich die Messer vorhin da reingehauen. Leg mich gerade darüber auf, dass ich hier keine Schna... Das musst du dir unbedingt angucken. Das ist einfach noch viel zu episch. Jawohl, ich habe mal wieder einen Schadenschussenkill hingekriegt. Doppelkill. Boah, Alter. Ja, Tat gerettet. Ich habe wieder einen Schadenschussenkill hingekriegt. Ich glaube, du freust dich über Messer, wie ich über Headshots, ne? Ja, so ungefähr. Alter, ich... Ohne Scheiß. Bei Battlefield habe ich... Bei 3 habe ich, glaube ich, insgesamt so um die 120. Ich habe jetzt hier schon in den paar Runden, ich glaube, 10 oder 15 Stück gemacht. Ihr könnt ja mal mitzählen und dann könnt ihr ja mal in die Comments schreiben, weil ich bin hier gerade viel zu sehr auf Adrenalin, Droge, was weiß ich. Sag doch einfach, du bist zu faul. Sag doch einfach, du bist zu faul. Ich bin nicht zu faul, ich kann mich nur auf eins konzentrieren hier. Weißt du, was jetzt gerade... Ich weiß nicht, wieso, ich habe gerade irgendwie so einen dicken Caesar's Zelle vor meinem geistigen Auge. Weißt du, was jetzt gerade für ein ziemlich geiler Song kommt? Ne. Passt auch. Danger Line. Ja, das passt. Ja, und das war ein Headshot. Boah, geil. Aus der Bewegung, ohne anzulegen. Einfach nur Treppe hoch. Bam. Ich mache hier gerade einen Abstauber nach dem anderen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin jetzt gerade auch nochmal. Mal rein mit der Granate. Getroffen hast du. Jawohl. Jawohl. Wie geil ist das denn? So, da habt ihr ja wieder eine Monster-Folge gehabt jetzt hier. 20 Minuten. Knapp. Zwei Runden haben wir reingepasst. Was machen wir? Machen wir auch noch eine Domination oder machen wir Conquest? Lass doch mal eine Domination geht noch. Ja. Aber nicht mehr in der Folge. Die ist ja in der nächsten. So, jetzt laufen die ganzen Ribbons hier durch. Ja, ich bin jetzt, je nachdem wie es jetzt ausfällt. Ja, Level 2. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Alles klar. Gut, dann haut rein, abonnieren, kommentieren und weitergucken. Bis bald.